Hallo und herzlich willkommen. 500 wollte ich gerade sagen. Da sind wir noch gar nicht. 358. Da habe ich eine 5 bei mir in der Zahl. Da würde ich andauernd 500 sagen. Komisch oder? So hier. Das wollte ich haben und das sollte mich hier unten rein kommen. Weil es da auch ein bisschen nach Stein ausschauen. Und wir sind ja gerade im aktuellen Zeitalter so 1460, 1450. Also 1460 kann man sagen. Das lasse ich mal frei. So. Ich glaube die letzte Reihe. Da müssen wir nochmal darüber streiten. Weil da ja ein bisschen Vertiefung reinkommt in die Sache. Hier ist der Eingang. Prinzipiell kommt da nicht sowas hin. Aber hier kann man das machen. Sind jetzt Leute hier unten drin. Da können wir nämlich das Ding auch dicht machen. Wir haben ja allen Fußboden reingelegt. Was wollen die jetzt noch hier unten rein fahren? Zack. Und zack, zack, zack. Und wo sind die Stufen? Die wollte ich mir nämlich machen. Und da sie jetzt eh schon vorhanden sind, kann ich mir jetzt auch sparen. So. Wenn wir unten Gras ist, können wir das Gras da gleich mal modeln. Was machen wir jetzt da hin? Das hier? So. Denkt ihr? Denkt ihr, das hat was? Vielleicht schon. Vielleicht aber auch nicht. Genug ist auf jeden Fall von da. Genug ist von jedem da, ja. Können auch mal ein bisschen rumtesten. Noch können wir es machen. Können in der Mitte ja so Koppelsteingedöns hinmachen. Koppelsteingedöns. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die zwei Platten für oben. Hier haben wir Erde für innen. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Er ist bald zur Erde. Zack. 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 Ja, es würde besser ausschauen, ja. Wollte nicht noch ein bisschen Koppelsteingedöns drin? Nein. Ernsthaft? So geht das nicht. Ich bin mir da vorbeigelaufen. Passende Musik. Mal bestimmt irgendwo Treppen da, aber ich habe mir jetzt neue gemacht. Ich habe später noch genug. Da kann man das ruhig mal machen. So. Das schau doch. Ich habe nicht an die Spinnen gedacht. Die können ja hier unten drunter jetzt spawnen. Jetzt habe ich einen Spinspawner. Sehr schön. Das ist mir jetzt erstmal ein Boogie. Wenn ich ganz ehrlich bin. Müssen die Truhe unbedingt umstellen. So. Zack, zack. Das rein. Das rein. Das rein. Wir wollen die Holzvertefelungen machen. Holzvertefelungen. Dazu brauchen wir schwarze Eichenholz. Der hat wirklich alles verbaut. Ich habe da mal so viel abgeholzt. Wo habe ich die Truhe zu stehen? Das möchte ich gerne mal wissen. Zack. So. Holzvertefelungen. Holzvertefelungen. So. Da kommt eine Doppeltür rein. Wo kommt die Tür hin? Hier. Und die kommt da hin. Das ist nämlich so ein kleiner Eck zu dem Balken. Und dann hier hin. So eine Art Empfang nehme ich an. Was ich da geplant hatte. So. Und hier geht es dann zu den Knastgedöns. Knastgedöns. Genau. Machen wir das erstmal so. Sonst brauchen wir Fichtenholz. Und da wird das wahrscheinlich nicht reichen. Da müssen wir mal hier die Fichten fällen. Ja. Das wird definitiv nicht reichen. Äh. 21. So. Wo fangen wir denn an? Außen oder? 1. 2. 3. Was haben wir Deckenhöhe? Erdgeschoss. 7 Meter. Fangen wir beim zweiten an. Das ist jetzt 1. 2 Meter. 3. 4. 5. 6. 7. Plus 1 wegen der Decke. Und da gehen wir dann hier. Zack so rüber. Wie wir es da auch haben. Genau. Das wird schon hoch, meine lieben Freunde. Die 4 können wir ja gleich hier rüber ziehen. Autsch. Ja. Es schaut langsam aus. Schaut langsam aus, meine lieben Freunde. So. Das schaffe ich jetzt erstmal ins Lager. Weil das stört mich gerade. Ein bisschen. Und dann fangen wir mal an, die Wände hochzuziehen. Da können wir auch gleich ein bisschen Leben mitbringen. Ich schaue erstmal hier ganz kurz in meine Enterchests. Und. Ein wunderschönes Lied. Hatten wir schon zum Beginn der Aufnahme Session. Ich muss mich ganz kurz mal strecken hier. Super. So. Und jetzt gibt es Weidel. Im Geschäft. Nein. Uuuuuh. Da müssen wir nächste Folge Reisen gehen. Auf Reisen. Geht das der Trick. Alles soll's. Was ich habe. Muss ich noch ein bisschen Essen mitnehmen. Und wir schon mal ein bisschen vorbereiten. Ich steig ja dann auf Steak um. Kann man mal ein bisschen essen mitnehmen. Dann können wir das gleich mal so machen. Ich pack erstmal alles. In die Truhe hier rein. Und wir gehen dann erstmal auf Reisen. Zack zack. Das Bett nehme ich mit. Die Nacht schlafe ich noch mal im Lager. Und dann gehen wir auf Reisen in der nächsten Folge. Müssen nämlich ins Leben Biom. Nämlich. Hier ist noch was drin. Hier auch noch. Was hier. Normal gebrannte Ton brauchen wir ja. Normal gebrannten Ton. Weiß ist hier. Weiß ist auch nicht mehr da. Letzte Chance haben wir noch. Äh. Sie gucken hier oben. An der Baustelle. Von den Lagern. Ich finde das einfach nur so cool hier. Wie die zwei. Äh. Hier. Wie die zwei Typen hier im Eis rum oxidieren. Finde ich übelst lustig. Upsala. Wem mit Eva tauscht. Da passiert das schon mal. Zack zack. Hier könnten wir noch Lehm haben. Irgendeine Ruhe. Da. Da haben wir. Naja. Da kommen wir ein bisschen weit. Da kommen wir ein bisschen wohin. Und vielleicht fange ich auch gleich mit Weiß an. Das wäre besser. Glaube ich schon. Grau. 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 Wie schaut der aus. Grau hat auch was. Ich glaube ich nehm Grau. Ich leg mich auch mal schlafen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.